Nach einiger Sucherei bin ich skeptisch und in das Gartensenter dann reingegangen. Da empfing mich dann Claudia mit einem herzlichen Lächeln. Ja, und die Überraschung war ihr natürlich gelungen. Ja, nach vielen Pendelfahrten zwischen Dortmund und Berghamen hatten wir unseren Mut bewiesen und sind nach einem Jahr in eine gemeinsame Wohnung in Berghamen-Oberbergen gezogen. Das neue Familienleben mit meiner Claudia, Fabian und Sarah wurde für mich zu einer sehr schönen und wertvollen Erfahrung. Jürgen, das war der 19. September. Jedenfalls war ich etwas irritiert. Das ist das Champagner, also nicht gegen Jürgen. Aber das war dann der Anfang von dem Abend. Und ich habe dann auch ja gedacht, zum Heiratantag natürlich und heute. Ja, ich freue mich, diesen Mann als meinen Mann zu haben, weil ich weiß, dass er zu mir steht. Das wird total schwierig. Ich fühle mich leist und mich unterstützt, weil ich weiß, dass er gern mit mir lebt, auch wenn er sagt, es liegt am leckeren Essen. Und ich weiß, dass der Arnold mich liebt. Ja, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Das war's für heute.